Bei Ihnen steht eine Kreuzband-OP an? Dann sollten Sie wissen, was auf Sie zukommt. Vor allem, wie die optimale Nachbehandlung aussieht und wann Sie wieder Sport machen können. Alles Wichtige erfahren Sie hier. Hallo, ich bin Stefan Preiß. Die häufigste und meist auch erste Frage, die mir Patienten mit Kreuzbandriss stellen, ist Doktor, wann kann ich endlich wieder Sport machen? Ja, so eine Kreuzbandverletzung ist ein echter Einschnitt im Leben eines Sportlers und leider auch eine langwierige Sache. Umso wichtiger ist, dass Sie genau Bescheid wissen, was auf Sie zukommt und wie Sie den Heilungsprozess unterstützen können. Aber der Reihe nach. Eine Kreuzbandoperation erfolgt in Vollnarkose. Sie dauert ca. 45 Minuten. Danach bleiben Sie in aller Regel ein bis zwei Tage in der Klinik. Unmittelbar nach der OP muss sich Ihr Kniegelenk zunächst etwas beruhigen und abschwellen. Dazu braucht es Ruhe und Schonung. Sie sollten für ca. zwei Wochen Gehstöcke benutzen. Darüber hinaus sind Kühlung, ein leicht komprimierender Verband und ebenfalls ein paar Tage entzündungshemmende Tabletten notwendig. Ganz wichtig ist frühzeitig, den Heilungsprozess durch Lymphdrainage und sanfte Krankengymnastik zu unterstützen. Darüber hinaus sollten Sie Ihre Muskulatur aktivieren, ohne Ihr Kniegelenk zu stressen. Das machen Sie z.B. mit sogenannten isometrischen Übungen, d.h. Spannungsübungen. Eine einfache isometrische Übung ist etwa, wenn Sie Ihr Bein ganz steif machen, die Spannung für ca. 10 Sekunden halten. Dann machen Sie eine kurze Pause und wiederholen das 5-6 Mal. Diese einfache Übung, Sie brauchen dazu nicht mehr als zwei Minuten, machen Sie dann über den Tag verteilt 5-6 Mal. In den ersten sechs Wochen nach Kreuzband-OP muss Ihr Knie durch eine Schiene, ein Brace, geschützt werden. Das Brace erlaubt Bewegung bis zu einer Beugung von ca. 90 Grad, sodass Sie damit recht gut mobil bleiben. Nach etwa sechs Wochen starten Sie dann mit einer speziellen Trainingstherapie. Zum einen geht es darum, dass Ihre Muskulatur wieder gut auftrainiert wird. Zum anderen können Sie durch Balance- und Koordinationsübungen die Steuerung der Muskulatur und somit die aktive Stabilisierung Ihres Kniegelenkes verbessern. Wichtig ist, dass Sie im Rahmen der Trainingstherapie Übungen erlernen, die Sie dann zunehmend selbstständig durchführen und in Ihr eigenes Trainingsprogramm integrieren. In der Zeitschiene heißt es konkret Folgendes. Nach ca. 6-8 Wochen beginnen Sie mit gezieltem Krafttraining und 1. Training auf dem Radergometer. Nach ca. 8-10 Wochen können Sie dann mit Walking beginnen und dann nach 12-14 Wochen in leichtes Joggen übergehen. Und ganz wichtig, dass Sie begleitend immer wieder intensive Balance- und Koordinationsübungen durchführen. Bis Sie wieder voll in den Sport einsteigen können, das heißt auch Sportarten mit Stop-and-Go-Bewegungen wie beispielsweise Fußball, Basketball oder Tennis betreiben können oder auch wieder Ski- oder Snowboard fahren gehen, sollten Sie Ihrem Knie ca. 6-8 Monate Zeit geben. So lange braucht es zum richtigen Heilen. Mehr zum Kreuzbandriss finden Sie hier auf unserem Kanal. Und damit Sie immer gut informiert bleiben, abonnieren Sie ihn am besten direkt. Oder Sie vereinbaren einen persönlichen Termin, hier bauen Sie eine Klinik am Ring. Bleiben Sie gesund, Ihr Stefan Preiß.